Also der Keller, das ist schon heftig. Vor allen Dingen die Wohnung, also wie er dann da oben war. Der hat ja keine Wände, sondern der hat ja nur Fenster. Das sind ja alles Glasefronten. Keller. Nee, oben. Also der ist ja nicht. Ja, Keller. Oh, you wanna dance. You wanna dance. You wanna dance. Ja, Gronkh. Toller Typ. Toller Keller. Oh, come on. Fuck you, man. I'm packed. I'm packed. Oh, you wanna dance. Hab ich jetzt den Hund getötet? Nee, hab ich nicht. No, you did. Ich hatte kurz Angst, dass ich R.M. Peter kriege. But where is the dog? So, ich kurz nehm. Wir schaffen das. Schatz auf die Geiseln. Schatz auf die... Nee, Hunde jetzt nicht. Der Hund da unten. Da musst du jetzt nach unten quasi. Let's go. Let's go. So, Hunde hab ich schon. Ist links wieder. Links wieder. Jetzt musst du da hoch. Oh, fuck, ey. Oh, fuck, ey. Oh, fuck, ey. Ah, komm, nicht nur. Es gibt wenig große YouTuber, ne? Also, wen gibt's denn noch außer Gronkh? Wir haben heute nur Gronkh ein und 4-Mann-Fähigen sonst. 4-Mann-Fähigen, ja, gut. Die 4-Mann-Fähigen sind ja mega groß, ne? Sehr gut. Oh, The Big T has joined the channel. I wish you a Merry Christmas, Happy New Year and Happy Easter, Mr. Tomek. We should have a new master. We should have a new master. We should have a new master. Ha, dein Mann hat sich nicht näh, du Affe. Oh meinst auch. Ah, du. Ja, hallo Tomek. Grüß dich, Tomek. Ich bin Fabian. Ja, ich weiß gar nicht, ob er das gehört hat. Weil er wahrscheinlich erstmal Werbung läuft bei ihm. Ohne Ende. Prüfen wir gleich nochmal, extra. Ja. Moin, Schröp, Moin. 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 Der warst jetzt eh ein Spiel. Ach, da war noch ne Geile. Das ist ja sonst schon zu spät. Hauptsache du hast den Hund länger gelesen. Ja, jedes Leben zählt. Das war sehr, sehr... Das war sehr, sehr... Ja. Einen hast du mitgekriegt. Einen. Der ist voll am Rad, der Mann. Bring it bitches. Oh, Nagelack. Nagelack. Denkst du bei lila Nagelack? Irgendwie schon, ja. Das sah auch so aus. Bring's auch da noch. Mittlerweile fieber ich sogar mit. Fieberst du mit? Ja, ich entwickle Emotionen mit dem Spiel. Er tut's wahrscheinlich. Oh, er hat seinen Hüftschwunger. Oh, like it down. Wo ich jetzt schon richtig denke. Wenn er gleich um macht. Wenn er stoppt. Er tut da. Laser! Laser fand ich richtig geil eben. Im letzten, ähm, anderen Spiel. Da kannst du gleich, kannst du gleich? Gleich mach ich schön Laser hin. Der schießt. Boah, ich bin tot. Ich bin tot. Na, au, au, ha, 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 ha. Ja, ich hab gerade Niederlagerlack aufgehoben und es war aber Laser. Und jetzt nochmal Hallo Tomek. Unsere polnischen Immigranten hätte ich fast gesagt. Kinder nochmal extra Hallo. Du musst aufpassen, ne? Ja, ich weiß, das war eigentlich so Schatz. Ich würde sofort sagen, stopp dir die. Ich fahre von oben, ich komm von oben einfach. DJ Karten. Oh nein! Oh nein! Oh, du bist doch schlecht Fabian, echt. Oh, ich die Fresse, sobald bist du noch nicht im Traum bleiben. Nee, 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 du musst jetzt nochmal versuchen, du bist doch fast durch gewesen. Das kriegst du jetzt hin, komm. Nein, du musst jetzt einmal, komm, einmal lesen. So much. Warum hab ich schon gewonnen, oder? Ah, Mensch. Nur weil du das Spiel nicht kannst. Auf keinen Bock mehr, oder was? Aber du musst ja auch früh ins Bettchen. Weil jetzt, jetzt, Quartal, aber erst um Grundsatz zu werden. Wie gar nicht. AusatmVER 7-15-15-15-15-15-16 Gericht? Nom habe ich lange den das ist schon zwei geise gerettet also falls du da als wert auflegen willst dann wäre es eine gute chance soll doch sieht das gut aus bei dir alles unabsichtlich hier alle ziele zu erfüllen das ist schon echt und stopp ein auch reihe hoch so wo können wir denn hin gucken wir mal wieder mit dem da oben hier wie hoch komm ich gerade her ne rechts 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 was soll denn jetzt wieder ein paar honks ach so ist an die gebrochen jo so haben wir uns einfach mal einfach gemacht hier ne aber einfach 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 was auch hier ne was auch hier ne was auch ach egal wie so man da warte scheiße das ist doch kacke oder ah ich hab das mit dem scheißlevel hier schon seit ner halben schufe und schon irre ja ja Also Lord Rio, wenn du das Spiel meinst, wir haben es auch noch nicht mehr verstanden. Es geht um einen amtierenden Bürgermeister, also er stellt sich jetzt zur Wahl, nämlich Lord Bunny. Das ist der Kollege, der uns auch immer hier zu diesem einsetzenden Pferd rausbringt. Und für den sollen wir entsprechend seines Wahlkampfs böse Menschen zur Strecke bringen, was wir gerade tun, damit quasi seine Zustimmung wächst. Wir sind gerade bei 28%. Je höher diese Zustimmungszahlen steigen, je mehr Charaktere spielen wir uns frei. Ich glaube, Chris Souce, den du hier siehst, ist unser vierter Charakter. Ob das jetzt alles so sinnig ist, sei dahingestellt. Hat jetzt keine Story, so wie Outline Miami in dem Sinne. Das braucht keine Höhe aus der Branche. Na gut, kommt sie mehr raus, ne? Auf jeden Fall, das ist die ganze Geschichte des Spiels. Es ist schon ein bisschen abgefahren. Wie man sieht, auch, es ist gar nicht mal so schwer. Man muss sich nur einfach verdammt konzentrieren. Und das gelingt uns beiden gerade nicht so gut irgendwie. Vor allem sind auch die Ziele nicht sehr knackig, vor allem wenn man sie alle drei zusammen versucht zu schaffen. Solche Wünsstandsprecher, die haben wir noch gar nicht gesehen, ich weiß nicht, wo der sein soll. Das dritte Ziel, dann vielleicht noch wieder tot. Ja, auf jeden Fall, laut Rio, das ist, äh, eigentlich das Spiel schnell zusammengefasst. Reiner Deckungsshooter, würde ich sagen, auf Fallen. Zweitige Deckungsshooter, ne? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht die Taktik ein bisschen vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht die Taktik ein bisschen vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht die Taktik ein bisschen vernachlässigen. Aber es ist noch, glaube ich, darauf ausgelegt, dass man manchmal schwind... Nein! Was? Achso. Dass man schön ohne sich ruhig gelaschen wird, die Level. Weil ich denke schon, dass die sollen eine gewisse Struktur haben, dass man da alles quasi wie eine Kombo vielleicht spielerisch gestalten kann. Aber nicht mit Christus, der... Der... Drinkmann hier! Muss man auch, glaube ich, eine andere Figur vielleicht nehmen, weil der... Ich hab's gesehen, wie der... Wie der schießt, der Lord, ey. Ja, irgendwie... Ganz komisch, ne? Aber welchen wir sonst nehmen? Also eher... Ist schön schnell, ne? Ich weiß mal, hier ist Steve wieder. Dann sind wir mal Steve. Gegner rutschen und andere. So, und ich würde mich jetzt irgendwie mal zu konzentrieren, dass wir endlich mal dieses scheiß Level... ... jetzt... ... schaffen. Ich mein, der ist schon echt langsam, ne? Oder? Ja, der ist wirklich langsam. Vom Laufen? Aber gut, wir müssen auch nicht... Wir müssen ja nicht schnell machen. Irgendwie schön an-sneaken an den, oder? Ja, komm, komm her, komm her. Dude. Na ja. Ich seh grad, dass die... Die Kamera... Die Cam irgendwie blöd sitzt da unten links. Blöd? Achso, ja. Wollen wir mal nach oben rechts fahren? Nein, oder? Achso, ich dachte schon... ... wie geil, das ist cool. Thank you! Thank you! You're welcome! Oh, du Scheiße! Sagt doch keiner was, dass die Cam nicht so toll ist da? Echt? Ihr seht dann auch wenn es an das Publikum, ne? Echt? Tch! 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 Sieht ihr auch, wie viel... wie viel Leben ihr noch habt? Was? Wie viel was? Wer? 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 Wir haben die ganze Zeit nicht gesehen, wie viel... wie viel Leben wir noch haben? Also, da könnt ihr gar nicht mitfiebern, das geht ja gar nicht! Also... So, jetzt mal hier... Wunder, dass wir das nicht geschafft haben, ne? Wenn wir nie gesagt bekommen, geht's wieder hin. So... So, da darf ich noch nicht hoch... Hier mal... Hier hoch... Komm näher, komm mal ein Stück, komm mal ein Stück... So, Jungs... Wir schaffen das jetzt... Und Mädels... Entschuldigung, Jenny... Zwei gerettet... Keiner tot... Allerdings, Mädels, nur Plural, ne? Alles gut... Haha... Ja, Jenny guckt vielleicht auch zu... Ja... 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 Schon ein bisschen lang... Hallo? Ach, ich hab'n Fettball... Ich hab'n Fettball... Sicher, ich muss mich richtig... Sweet... Okay... Das heißt, wir gehen jetzt... Hoffentlich sterbe ich nicht dabei... Hier rüber... Den haben wir, glaub ich, schon lauber, den Block hier, oder? Oh... Ne, da oben ist noch was... Achso, ja, die... Die... Die Geisel... Keine Geisel sterben lassen... Ne, 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 ne... Hab' ich's nicht vor... Ist gut... Hier erstmal rüberkommen wieder... Ist auch alles sauer... Ja, genau... So, da ist ja so'n Digger... Aber ich hab'n Fettball, das ist ja das Gute... Ja... Oh, der liegt ja noch! Ja, ja... Der liegt ja noch... Wieso sagst du ja nicht? Weil du daneben geschossen hast... Bis nach oben hoch und nach links rüber springen... Ja, das weiß ich... Ich check' mir grad die Lage... Das ist vier Fettballs... Gut... Ich nachhaken... Was denn? Was ist da nicht ne Geisel? Ist da ne Geisel? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ja, ich mach' nochmal... Scheiße... Aber mit Steves ist's glaub' ich schon'n bisschen... Den Digger... ...Hiererlich, ey... Was ist denn? Was ist denn der Münz-Sprecher? Weiß ich auch nicht warum. Warte, manchmal klappt das mit dem Umbruschen, manchmal gar nicht. Oder was hast du gerade gesagt? Der Münz-Sprecher? Ne, wo ist der eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht unten, wo die Impact sind. Oh, fuck ey. Nicht die Geisel-Tür, Junge. Nicht die Geisel-Tür. So, sauber. So, schwach ist er gar nicht, oder? Nö. Wie nicht. So, die Geisel, oben. Wirkt auch irgendwie nicht wirklich, äh... Oder verstehe ich den Witz nicht, Hunde zu retten auf einmal in der Mission, also... Keine Ahnung. Vielleicht von Bunny, der Lieblingshund, oder? Fuck off! Thanks! Oh ja. Geht's mal nach Wasser. Warte, komm ich dazu nicht hin. Ich will den Drill-Shot, okay. Muss da oben dann durch. Äh... Drill-Shots? Ja, sehr cool. Dann oben gleich den geplatt machen. Oh, ne. Geile Waffe, Alter. Hm, Drill-Shot gefällt mir. So, jetzt hier. Nicht verkacken, Molle. Boah. Nein! Scheiße. Alter, einmal nicht aufgepasst, ey. Oh, fuck. No, ich bin ganz gutter. Das, dein Kind halbier. Alter, einmal nicht zu dir. Du hast da oben gezogen. Und dranbierst du dich. Das ist ein Ding. Ja, ich bin ganz gutter. er hätte auch nicht mehr so viel aus wie man ich glaube ich darüber springen aber dass die frauen und fehler wie das da ist gut also ich dachte wer tut jetzt die erste tür trigger meinst du erst nicht nehmen die er sich ja ich bin ja ich weiß aber was er hier vorne ist da kommt die jetzt das scheiße ist doch egal wie alle drei jetzt ist und sie die munition gefällt mir am besten muss ein bisschen taktischer vorgehen weil man weggeschleudert wird aber der mg machen das auch schule wenn ich kann es jetzt aber unten an nicht er komme ich habe keinen bock das ist ja schon doch doof an also es ist wirklich nicht schwer man schließt einfach viel zu doof an so dark souls prinzip eigentlich ungeduldig und dann eigentlich aufmerksam und schuldig die 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 schon nicht gerade morgen guckt oder irgendein anderem auch zu dennoch aber nicht schlecht das ist ja immerhin schon muss ich sagen das heißt mal wieder süßigkeiten tagen das hat sich was ich darf entscheiden es sich ein after eight weihnachtsmann oder marzipan ich wäre ja für marzipan aber ich möchte kein schlechtes zu langsame